Hallo, hier ist Christian Hermschmeyer, Pater der Paul, der Beziehungscoach und dieses Mal Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Ja, es gibt eine Aktion, macht nochmal zwei Bootcamps dieses Jahr, eins im Monat, eins in Hamburg im August und im Dezember. Da gibt es im Februar jetzt eine Aktion, 50 Euro günstiger mit dem Code CAMP2020, packe ich euch nochmal hier drunter und genau, heute haben wir mal eine Frage zum Thema Befreundet sein nach toxischen Beziehungen, denken wir schon viele darüber nach. So, lieber Christian, ich danke für deine tolle Arbeit, ich habe schon viel über deine Videos gelernt, auch schon mal einen Kurs gebucht, meine Story. Vor ein paar Jahren habe ich mich im Moment für mich völlig unerwartet, nach vielen Jahren Beziehung, davon sehr vielen Jahren Ehe, verlassen. Ob das so unerwartet war, muss man gleich nochmal gucken. Ich hatte keine Chance, es war allein seine Entscheidung, eine Paarberatung wollte er nicht. Ja, wir haben Kinder, wir hatten eigentlich immer eine intensive, oft schöne, sehr oft aber auch furchtbar schwierige Beziehungen. Mir persönlich gefällt das Wort dysfunktional besser als toxisch. On-Offs von Anfang an. Ja, ich sage ja immer wieder, und da bleibe ich auch bei, On-Off heißt nicht kompatibel. Wie man hier, finde ich, auf eine echt bittere Art sieht, auch wieder, oder ja, nicht so, aber es ist eigentlich die meisten, die, oder viele, die meisten, weiß ich jetzt nicht, aber viele, die auf meinen Blog kommen, ja, waren wirklich lange in der Ehe, also es ist jetzt absolut typisch, muss man sich auch nicht grämen, es ist so, wie es ist dann halt, ne. Er hatte vor mir eine kurze Affäre mit einer Frau, die eigentlich einen Freund hatte und meinen Ex dann dieses Freundes wegen sitzen ließ. Ja, schöne Dreiecke, Vierecke, Fünfecke, Sechsecke, ehrlich. Sie reiste ihrem Freund nach Timbuktu nach, wo sie dann für immer blieb. Für meinen Ex war sie von da an seine Traumfrau und blieb das leider auch, als er später mit mir zusammenkam. Ja, wie du siehst, wahrscheinlich ist es heute auch so, man muss ja, wir lernen ja alle im Leben und das dauert, aber aus heutiger Sicht müsste man dann vielleicht sagen, ja, oder für die Zukunft, dass du mal dem annotierst, wenn jemand eine Traumfrau hat, dann soll er doch die daten. Und also, wenn du nicht die Nummer 1 bist, ist es Mist. Da sollte man sich gucken, ob man da für die Zukunft nicht sagt, nee, auch wenn ich jemanden toll finde, heiß finde, sollte auf deine Standards- und Dealbreaker-Liste drauf, wen das mehr interessiert, Modul 1 von meinen Kursen, dass du drauf schreibst, ja, ich möchte an die Nummer 1 nennen. Und wenn da jemand von einer Traumfrau faselt, da soll er doch die daten oder der hinterher heulen, aber dann lässt du es das nächste Mal aus vielleicht. Ich fühlte mich von Anfang an als zweite Wahl. Diese Beziehung mit ihr hielt er während unserer ganzen Ehe platzhonisch immer aufrecht. Durch Mails, Videocalls, mit ihr Essen gehen, wenn sie alle paar Jahre mal in unser Land zurückkamen, um ihre Familie zu besuchen. What the fuck, das ist so furchtbar, wirklich. Ja, es ist ja, es geht dann weiter eben, ne? Es ist irgendwie jetzt, als wenn es platonisch war. Es ist ja nicht gewollt platonisch aus seiner Sicht und dann ist es immer noch leicht, so ein emotionales Fremdgehen. Aber wie gesagt, geht auch ein bisschen darum, dass du vielleicht lernst, ja, ich achte drauf, dass ich erstmal für mich die Nummer 1 bin und auch meine Partner denken, ich bin der Nummer 1. Ansonsten, nothing beats a fantasy. Wenn dein Mann hier so eine Art Liebessucht-Fantasy-Beziehung hat, kannst du nichts machen, ne? Das ist dann seine Sache. Mein Ex hat irgendwie den Hang zu Dreiecks-Beziehung. Ja, das ist diese ganze unausgelebte Bindungs- oder unverarbeitete Bindungsrangs oder vielleicht will er es auch so, keine Ahnung. Sei das aber nie so, da seine Außenbeziehungen, ja, wie er sagt, immer platonisch waren. Ja, wie gesagt, es gibt ja sowas wie emotionales Fremdgehen, ne? Es geht ja darum, ob jemand gedanklich immer nicht in der Beziehung ist, sondern bei jemand anders, ob da jetzt, ob das dann real ausgelebt wird, das ist trotzdem schädlich, ne? So, er nannte sie jeweils Seelenverwandtschaften, was mich aber nicht weniger verletzte, da ich doch so gerne Number 1 und so One and Only für ihn gewesen wäre. Ja, ich sag's immer wieder, Standards und Deer Raker, da muss man mal die Hacken im Boden rammeln, muss sagen, no way, nicht mein Business hier. Aber es ist alles ein Weg und in Zukunft wirst du das sicher nicht anders sehen. So, ähm, immer wenn ich mich wehrte und ihm klarzumachen versuchte, dass ich nicht in einem Dreieck mit ihm leben wollte, sah er O-Ton keinen Weg mehr mit mir und wollte mich verlassen, oder tat es auch wirklich? Ja, gut, in welchem gute Reise, ne? Kann man dem sagen, also, das soll er doch machen. Ja, ja, wie gesagt, es geht auch hier wieder um Trennungskompetenz. Ich weiß, es ist zum Kotzen, wenn man, es ist natürlich noch viel schwieriger in der Ehe, aber, wie gesagt, diese ganzen Rahmenumstände ändern nichts an der Psychodynamik, ne? Sag ich mal wieder. So, ähm. So, mal gucken. So. Sobald ich jeweils wirklich weg war und mich um mich kümmerte, war ich wieder interessant und er holte mich wieder zurück. Respektive wollte wieder mit mir sein. Ja, das ist ja immer unerreichbarer Verführer, nenne ich das ja immer super toxisches Muster, aber du hast es auch mitgemacht, ne? Also, es ist jetzt überhaupt keine Kritik oder sowas. Es ist einfach nur, man muss wirklich da mal ganz nüchtern die Situation jetzt mal aus heutiger Sicht, ähm, ja, beleuchten, evaluieren, ohne Schuldzuweisung an jemand anders oder sich selber einfach zu gucken. Okay, okay, was habe ich da jetzt gelernt, möchte ich, dass das so weitergeht, möchte ich irgendwas anders machen, was möchte ich anders machen und so weiter. Äh, dies geschah in unserer Beziehung dreimal, zuletzt zu meinem großen Frust, genau, nochmal mit dieser Frau. Ja, es ist eigentlich vorprogrammiert, ich glaube da in dieser Mail schon drauf gewartet, wann das kommt, ähm, aber wie gesagt, hinterher ist man immer schlauer, aber es ist eigentlich, ähm, wusste ich früher überhaupt nicht, es ist eigentlich vorprogrammiert. Ähm, genau, nochmal mit dieser Frau, die nach Timbuktu ausgewandert ist, äh, sie hat sich von ihrem Mann getrennt, dann bekam sie, äh, hatte sie gesundheitliche Probleme, äh, da war ich so doof, ich war sogar stolz auf mich, dass ich so großzügig war, dass ich ihm sagte, er soll sie doch nochmal in Timbuktu besuchen, um für sie da zu sein, äh, z.B. mit ihr zu reden. Ich schrieb eben, bevor ich, bevor ich mich fürchtete, dass das zwischen ihnen wieder so ein riesen Ding werde, ja, du bist jetzt wieder so nett, das ist ja auch toll, dass du nett bist, nur, äh, meinst du nicht, du jetzt auch verdient, dass jemand so nett zu dir ist? Und das ist ja immer dieses co-abhängige Dilemma, dass man denkt, wenn ich nett zu jemandem bin, dann ist er auch nett zu mir, nur, dass es mit Leuten, die eher so auf dem, äh, vielleicht ein bisschen egozentrischen Pol sind, äh, funktioniert das halt nicht. Aber das ist eine bittere Lektion im Leben, ne, die nutzen es dann eher aus. Und da muss man, äh, mal sehen, dass man selber, ähm, ja, dass es schön ist, wenn man nett ist, aber das mal eben auch, seine Steuern haben zum Dirac aber auch, ne. Sonst wird man echt andauernd ausgenutzt, das können, glaube ich, die meisten ihr Lied von singen. Äh, er sie wieder auf den Sockel stellen würde, sie alles wieder aufwärmen würden. Er hörte mir aufmerksam zu, sagte, dass er es verstehe, ging und tat genau das. Von Tim Buktu schrieb er mir, wie sehr er mich liebe, ja, 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 bla, 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 dass ich seine Frau sei und er mit mir alt werden wolle. Also, ja, es ist halt, äh, wenn man sich für all diese Worte irgendwie mal einen Euro kriegen würde, wäre man echt reich, ne. Aber Worte zählen halt nichts, wenn sie nicht durch Daten unterfüttert sind, ne. Als er zurückkam, schrieben sie es täglich und skypen. Nach ein paar Tagen gab ich ihnen einen Scheipers, in dem ich sagte, ich könne das nicht mehr und überlege mir, wie ich aus dem Dreieck aussteigen könne. Andertags kam dann wieder der berühmte Satz, ich seh keinen Weg mehr mit dir und ich mag nicht mehr mit dir kämpfen. Dann verließ er mich, diesmal für ganz. Äh, ich kämpfte lange mit schlimmen, toxischen Liebenskummer und auch unglaublicher Wut. Ja, diese Wut ist natürlich auch oft eine Wut auf sich selber, ne, auf den anderen. Und die Wut ist halt auch noch in dieser Täter-Opfer-Dynamik, ne. Ähm, es halte das immer für ganz gut, wenn man das schafft, so wirklich kühl das Ganze zu analysieren, äh, nicht so emotional. Ja, es ist fast so ein bisschen kalt, sich das anzugucken. Schlüsse rausziehen, weiterziehen, fertig. Äh, unglaublicher Wut, ich auch regelmäßig an ihm ausles. Ja, wie gesagt, das ist, da bist du immer noch in diesem Täter-Opfer-Spiel. Mit drin. Auch wenn jetzt natürlich wir alle denken, ja, ist total verständlich, dass du wütend bist. Aber, äh, Wut hält dann auch wieder drin irgendwo, ne. Äh, hält dich in dieser Dynamik und... fügt dann dazu, dass man nicht so richtig gehen kann, so, ne. Also, ich bin nämlich schrecklich und oft falsch in der Zeit, ähm, auch meine Beiträge zu unserer langjährig immer wieder schwierigen Beziehung sind mir wohlbewusst. Ja, deswegen rät ich immer wieder gern von dieser Täter-Opfer-Ebene, 3D-Ebene, wie auch immer man das nennen will. Äh, hat halt viel mit alten Mustern zu tun. Äh, Kampf, Schmerz, Schmerzkörper, Wut, Angst, aber nicht so viel mit Liebe, wie man so denkt, ne. Ähm, ja, wir schafften es aber mit, äh, eine Trennungsabvereinbarung zu machen. Ähm, dann hatten wir letztes Jahr auch wieder ein ganz schöner Telefongespräch. Also, warum du jetzt immer noch, nach dem allem, was er sich da geleistet hat, warum du da immer noch mit ihm befreundet sein willst. Es ist immer noch dein Muster, dass du diese Nettigkeit, oder was, wie ich das nennen soll, jetzt mal so Nettigkeit von dir, in den Vordergrund stellst. Aber es schadet dir immer noch, weil er hat sich ja nicht geändert. Er kann mich auch als Freund weiter benutzen und schräge Sachen reinziehen und was weiß ich. Wie wir jetzt gleich sehen werden, ist es leider völlig typische Geschichte, ne. Ähm, so, er war halt trotz allem irgendwie früher mein Bester, jetzt immer noch einer meiner besten Freunde. Wo verhält sich dieser Mensch wie ein Freund? Da hast du zumindest nichts von ihm geschrieben. So, bis da war ich nach viel Erschöpfung und so weiter in meiner Beratung ähnlich so weit, dass ich ihm von Herzen eine Beziehung gewünscht habe mit jemandem, die ihn besser versteht, als ich das konnte. Ja. Wieder agierst du so über Nettigkeit, anstatt dass du klare, gesunde Grenzen setzt für dich. Ich meine, du hast ihn jetzt getrennt, aber immer noch bist du in Beziehung mit ihm, ne. So, dann kam der Hammer, wir telefoniert wegen irgendwas, dann stand ein schönes Gespräch. Mich irritierte dann aber, dass er jetzt irgendwas nicht erzählt hatte. Dann habe ich hier ganz lange telefoniert. Plötzlich fing er an, mir von seinen Frauengeschichten zu erzählen. Ach, ja, ich sag ja, es ist einfach vorprogrammiert, weil dieses Benutzende, was da stattfindet, das geht natürlich jetzt weiter. Jetzt sagst du, oh Gott, da sind wir eben Freunde. Ja, aber Freunde hören sich natürlich auch die Wettgeschichten vom anderen an. Und dann ist, zack, bist du wieder reingezogen in diesen ätzenden Scheiß, ne. Was ich ziemlich schräg fand, er wollte mir wohl mitteilen, dass er sehr wohl seine Muster erkenne. Immer noch willst du ihn retten oder wartest da drauf, lass es los, lass es los, lass es los, weil das Benutzen von dir, es geht immer weiter. Und nur weil jemand sagt, dass er seine Muster erkennt oder so, heißt es überhaupt nicht, auch das muss von Taten unterfüttert werden. Und wie wir jetzt hier sehen, wird das überhaupt nicht von Taten unterfüttert. Also wirklich geht, ich sag immer wieder, null Kontakt, mach sowas, null Kontakt, so weit es irgendwie möglich ist. Und genau aus diesen Gründen, was jetzt hier passiert. Er erzählte mir von einer verheirateten Frau, ja wieder ein Dreieck, mit der er eine Seelenverwandtschaftsbeziehung, bla 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 gehabt habe. Plötzlich läutete es an seiner Tür und wer steht da? Eine Freundin von mir, ja super, die du sehr gemocht hast. Als mein Mann mich verlassen hat, hat sie sich sehr um mich gekümmert, was ich okay fand. Und dann fand ich heraus, dass sie regelmäßig mit meinem Ex telefonierte, mit dem Sport machte. Ja, sie mochten sich schon immer gut und sie waren, ja, sie kannten sich auch. Trotzdem sagte mir mein Bauchgefühl schon lange, dass da etwas viel Kontakt und Nähe war. Und ich dachte oft, nein, bitte nicht das, dass die beiden zusammenkommen. Genauso ist es jetzt gekommen. Ja, ist leider, habe ich auch von dieser Sorte Geschichte schon x Geschichten gehört, ist leider nicht die einzige illoyale Person, die du in deinem Freundeskreis hast. Auch diese Person ist illoyal. Lass die beiden doch ihre Illoyalität miteinander ausleben, ist doch wunderbar. Aber ich weiß, das ist hart jetzt. Jetzt verlierst du auch noch eine Freundin. Aber wenn man so ein co-abhängiges Muster hat, hat man halt ganz viele Leute, die einem, die oft nicht loyal sind. Und da muss dann halt mal ausgemistet werden. Das ist total zum Kotzen. Aber das ist dann der nächste Step jetzt. Ich bin nicht eifersüchtig, ich möchte ihn auf keinen Fall und die schon sehr lange wieder zurück haben. Aber du bist noch immer noch in einer Freundschaft mit ihm. Überprüf das mal. Aber diese Beziehung empfinde ich irgendwie von ihm und vor allen Dingen auch von ihr als übergriffig. Ja, natürlich. Ich meine, er hat mich verlassen, weil er nicht mehr mit mir sein wollte. Und jetzt schleicht er sich durch die Hintertür zurück in meinen Bekanntenkreis, wo ihn eigentlich niemand mehr haben will. Ja, aber da musst du jetzt in deinen Bekanntenkreis. Wie gesagt, du bist echt beileibe nicht die Einzige, was passiert. Das ist ein ganz häufiges Muster. Weil, ja, das ist halt richtig Minuspolverhalten at its best. Also, das ist wirklich echt... Also, aber wie gesagt, er macht das, was er macht. Ja, du kannst einer Biene nicht sagen, sie soll keine Biene sein und nicht stechen. Du kannst nur an dir arbeiten und sagen, okay, nein, ich möchte solche Menschen nicht mehr in meinem Leben haben. Und die auch einen gesunden Abstand halten, was ein langer Prozess ist. Das geht nicht von heute auf morgen. Mich hat das in meine Ablösung um Welten zurückgeworfen. Ja, deswegen sage ich immer wieder, kein Kontakt, 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 kein Kontakt. Kann ich immer wieder sagen. Immer wieder. von ihm habe ich nicht viel anderes erwartet wo immer etwas beziehungsmäßig kompliziert unmöglich, völlig unangebracht ist, ist er zur Stelle und ächtet ihn ein aber von ihr, meiner Freundin, bin ich endlich enttäuscht ja, kann ich total verstehen, zu Recht auch da ich hier wirklich viel anvertraut habe was in unserer Beziehung gelaufen ist ich habe momentan beschlossen ich hoffe nicht nur momentan, dass diese beiden für mich raus sind, für mich nicht mehr zu meinem Freundeskreis gehören denn bei diesem Dreieck spiele ich nicht wieder mit jetzt bestimme ich mal, wer rausfliegt ja, hier sprichst du mal denkst du, dass es eine gute Lösung für mich ist? ja, absolut, die einzige oder denkst du, ich sei irgendwie falsch gewickelt? dass ich das total stiefen daneben finde beiden sind eh ziemlich allein mit ihrer Romanze von meiner und auch ihrer Familie finden es eigentlich alle völlig daneben ja, das freut mich, wenn man ein weiterer Freundeskreis das so sieht so, sorry für so viel Text das ist halt nochmal eine unendliche Geschichte so ja, wunderbar ich hoffe, wir sehen uns bei der Party kommt ja auch bald die Liebeschip-Party in Berlin oder in Hamburg beim Liebeschip-Live-Tag oder später im Jahr in Murnau oder in Berlin war das dann, glaube ich nee, Quatsch, auch nochmal in Hamburg bei Bootcamps Bootcamp ist halt nochmal intensiver als der Live-Tag dafür sind es auch zwei Tage dann oder bei einer Lesung die wir jetzt gerade ziemlich viel organisieren in diesem Sinne wir werden uns bald wiedersehen und dann